Ihr habt Lust leckeres Brot zu backen und es lange haltbar zu machen? Dann seid ihr hier heute genau richtig. Fangen wir direkt an. Ich habe hier Leinsamen gerade selber frisch geschrotet. Es gehen auch ganze, aber bekömmlicher und gesünder sind die geschroteten. Dazu gebe ich jetzt erst einmal Wasser. Und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und jetzt achtet mal darauf, wie flüssig das ist und seht gleich mal später, was da passiert. Hier habe ich von links nach rechts Weizenvollkornschrot, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und ungeschälte Sesamkerne. Auch die werden eingeweicht, mindestens bei den Leinsamen, so wie hier bei den Saaten, zwei bis vier Stunden, bevor ihr den Brotteig macht. Denn dadurch saugen sie sich mit Wasser voll und das Brot wird schön saftig. Hier in der Schüssel habe ich jetzt einmal helles Mehl, gebe Salz hinzu, etwas selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie das geht und die Alternativen dazu, findet ihr oben rechts unter dem i. Dann noch ein bisschen Wasser und schon kommt hier jetzt der Deckel drauf. Zack und ab in die Küchenmaschine. Das ist jetzt Teig Nummer 1. Denn beim Brot im Glas präsentiere ich euch heute zwei verschiedene Rezepte. Hier einmal erst der helle Brotteig, den wir später noch mit Haferflocken verfeinern. Und dann gibt es eine kernig gesunde Vollkornvariante, die ihren Namen wirklich verdient hat. Bei dem Mehl könnt ihr sowohl 630 Dinkel als auch 405 oder 550er Weizen nehmen. Hier habe ich jetzt erstmal Vollkornmehl, gebe Salz hinzu, dazu noch ein wenig kernige Haferflocken. Es gehen auch feine. Und schaut euch das an. Wisst ihr noch, wie flüssig das gerade am Anfang des Videos war? Wahnsinn, wie der Leinsamen sich mit Wasser vollsaugt. Also wirklich unbedingt immer vorher einwälchen. Ist das A und O. So, ich gebe das jetzt auch hier in die Schüssel. Das Tolle bei dem kernigen Teig ist, da braucht ihr noch nicht meine Küchenmaschine anzuschalten. Da ist so wenig Mehl drin, das geht auch so. Und natürlich darf hier auch die selbst hergestellte Hefe nicht fehlen. Dazu dann die abgegossenen. Also hier habe ich das Wasser abgegossen, bei den Leinsamen nicht. Und die kommen jetzt auch hinein. Ihr seht es, die sind schön vollgesogen, haben sich dunkel ein wenig verfärbt und die sollen alle mit da rein. Das Equipment, was ich hier nutze, wie die Ries-Emalie-Schüssel, aber auch hier der Teigschaber oder auch hier die Emser-Schüssel, steht alles unten in der Beschreibung auch nochmal verlinkt. Genauso wie die Zutaten und Mengenangaben. So, ein bisschen Joghurt darf nicht fehlen. Ihr könnt den ganz einfach selber machen. Entweder mit Hefewasser oder Sauerteig. Wie das geht, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Da verlinke ich euch nochmal die beiden Videos. Und dann könnt ihr das schon ganz bequem hier mit Hand kneten. Ich habe dieses Brot sowohl einmal mit Dinkelvollkorn als auch mit Weizenvollkorn gemacht. Beides super einfach und sehr lecker. Und das gebe ich jetzt, damit ich das besser sehen kann, wie das aufgeht, hier in eine Glasschüssel. Schaut mal, der Teig ist richtig weich. Die Veganer unter euch können selbstverständlich den Joghurt auch mit Pflanzenjoghurt ersetzen. So, hier geht schon der Deckel drauf. Zack, verschließen und zur Seite stellen. Das Ganze natürlich auch mit unserem hellen Brotteig. Guckt mal, wie schöne Textur der hat. Ein bisschen platt drücken, ab in die Schüssel und auch das bei Zimmertemperatur stehen lassen. Und hier vielen lieben Dank an Gläser und Flaschen und herzliche Grüße an Steffi und ihr tolles Team. Ich darf euch heute diese Gläser präsentieren. Und diese Brote im Glas war ein Zuschauerwunsch, den ich wirklich schon lange auf meiner To-Do-Liste habe. Und ich freue mich riesig, dass ich das in Kooperation mit Gläser und Flaschen euch jetzt endlich mal zeigen kann. Ich fette diese ordentlich ein. Das könnt ihr sowohl mit Öl machen, als auch hier mit Butter. Die Butter habe ich vorher ein wenig angeschmolzen. Der Backofen war noch ein bisschen warm, dann habe ich das da reingestellt. Dann lässt sich das, finde ich, schöner verteilen. Und falls dir das Video gefällt und du mehr davon sehen willst, gib mir doch einen Daumen hoch. Und vor allem abonniere den Kanal. Denn schau mal, unglaubliche 81% meiner Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Woran liegt das? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Und ansonsten auf jeden Fall hier einmal abonnieren. Kostet nichts. Und ihr erfahrt immer, wenn neue Videos hier von mir da sind mit leckeren Rezepten, so wie dieses hier. Schaut mal. Und ich streiche das jetzt hier ganz gemütlich ein. Und wenn solche Sachen generell hilfreich für euch sind. Und ihr wirklich sagt, Mensch, das habe ich schon immer wissen wollen, wie das geht. Danke, Emma, dass du mir das gesagt hast. Ich kriege wirklich wundervoll süße Kommentare von euch. Ihr seid echt klasse. Dann dürft ihr mir auch gerne ein Trinkgeld geben über Superthanks oder Paypal.me. Auch das seht ihr nochmal unten in der Beschreibung. Und guckt mal, das ist doch wirklich einfach. Habt ihr übrigens Lust auf weitere Brotrezepte im Glas, die ich euch präsentieren soll? Schreibt mir auch das unbedingt in die Kommentare. Das ist jetzt quasi erstmal der Auftakt gewesen. Denn wie gesagt, ich habe das ganz lange auf meiner To-Do-List und habe überlegt, Mensch, was zeige ich euch denn und wie mache ich das am besten? Hab viel recherchiert, auch beim Rezept. Da sind die ersten Versuche nicht ganz perfekt geworden. Die Mitglieder wissen das. Und da habe ich mich bei der Menge vertan, obwohl ich das richtig abgemessen gemeint hatte. Und da gibt es tatsächlich viel zu erfahren, auch hinter den Kulissen. Und wenn du dabei sein möchtest und solche Videos auch exklusiv vor allen anderen anschauen möchtest, dann guck doch mal unten in den Mitgliederbereich. Monatlich kündbar. Und es lohnt sich wirklich sehr, weil du da hier viele Rezepte auch schon vor allen anderen bekommst und auch hier mitentscheiden kannst, falls du da irgendwelche besonderen Wünsche hast. So hier das vierte Glas. Ich hatte mir überlegt, bei dem hellen Brot, da ist ja groß nichts dran, und so ein paar Ballaststoffe wollen wir dann doch haben. Deswegen habe ich mich entschieden, die dann außen mit Haferflocken zu machen. Also quasi wie Toast mit Haferflocken drumherum. Und bei dem Körnerbrot lasse ich das jetzt erst einmal. Da könnt ihr aber selbstverständlich auch hier Haferflocken mit dazugeben in das Glas. Wie das geht, zeige ich euch selbstverständlich auch gleich nochmal eben. So, das sieht doch gut aus. Schön, fein, eingepinselt. Es geht auch übrigens mit einem Küchenkrepp. Also wenn ihr so ein Stück Butter habt, ihr könnt ganz toll bei dieser Größe, bei den Gläsern auch mit der Hand reingehen. Und ich war wirklich überrascht. Mein Mann kriegt immer Panik, wenn ich irgendwelche Gläser bestelle, weil wir wirklich das schon häufig hatten, dass die zerbrochen ankamen. Und das ist so schade. Und gerade Glas, das ist ja so ganz fies, wenn das zerbricht. Aber bei Gläser und Flaschen war das wirklich so. Die haben das so toll verpackt, da ist nichts zu Bruch gegangen. Deswegen Hut ab, wirklich toll gemacht und vielen lieben Dank nochmal dafür. So, und wie gesagt, das helle Brot kommt hier mit Haferflocken. Ihr seht hier die kernigen, feine gehen auch. Oder ihr könnt auch andere Saaten nehmen oder das ganz weglassen. Ich persönlich mag das ganz gerne, wenn man hier nochmal die Haferflocken draußen auf dem Brot haben. Und es gab ja schon länger kein Brotrezept mehr. Ein paar hatte ich zwar schon hochgeladen, aber die gibt es erst für Februar, März sind die geplant. Die Mitglieder können die schon sehen, aber auch bald für alle anderen. Da habt ihr noch einiges, was euch erwartet. So, und schaut mal. Das Körnerbrot ist innerhalb von 8 bis 12 Stunden richtig toll aufgegangen. Also gebt den Teigen Zeit, die sie brauchen. Ich mache das so, dass ich meistens Brotteige vormittags vor der Arbeit eben zubereite. Und dann nach der Arbeit kann ich sie ganz in Ruhe fertig backen, wenn ich sowieso dabei bin, das Abendbrot zu machen. Das ist alles eine Frage des Zeitmanagements. Und falls ihr mal Interesse habt, ein Video zu sehen, wie ihr das am besten organisiert mit der selbst hergestellten Hefe, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich hatte da schon mal einen Kommentar dabei, aber vielleicht interessiert das nicht alle. Daher hier nochmal der Appell. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr einfach auf die selbst hergestellte Hefe und die Organisation dazu umstellen möchtet, lasst es mich gerne einmal wissen. Dann werde ich hier selbstverständlich auch gerne nochmal etwas zubereiten. Denn so ging es mir zum Beispiel gerade am Anfang, dass ich mich schwer getan habe, das jetzt irgendwie anders zu organisieren. Und der Mensch ist ja tatsächlich ein Gewohnheitstier. Das heißt, da muss man sich ein bisschen umstellen, ein bisschen raus aus der Komfortzone. Aber im Nachhinein, finde ich, ist das Backen mit Hefewasser viel einfacher. Weil mit der künstlichen Hefe aus dem Supermarkt, also mit diesen Hefewürfeln oder Trockenhefe, müsst ihr ja dann ein, zwei Stunden warten. Das finde ich tatsächlich viel blöder, als wenn ich das morgens und abends regle. So, ich habe hier den Teig nochmal mit Hilfe meines Nudelholz, ein bisschen Mehl eingetunkt, das runtergedrückt beim Körnerbrot. Und dann wollen wir doch mal schnell noch das helle Brot machen. So, ja, auch das. Ganz toll aufgegangen. Man sieht es in dieser riesigen Schüssel nicht ganz so gut, aber der hat sich toll entwickelt, der Teig. Und auch hier könnt ihr, wenn ihr wollt, Saaten reinmachen. So viel ihr möchtet, aber auch wichtig zu beachten, die Teigmenge macht ihr zu viel, kommt ihr bei dem Glas oben drüber. Deswegen habe ich das jetzt hier mit den Proportionen gemacht. Und vorhin ja auch schon den Hinweis, wenn ihr Wünsche für neue Rezepte hierzu habt, bitte gerne her damit. Vielleicht einen Kuchen im Glas. Also, ich bin da sehr offen und habe da auch schon selber einige Ideen und freue mich, wenn ich die zeigen kann. Und guckt mal, das sind so richtig schöne Bläschen. Eine tolle Teigentwicklung. Wichtig bei Hefeteigen generell, egal welche Hefe ihr benutzt, dass er warm steht. Die Hefe mag es einfach kuschelig warm, so circa 28 Grad am liebsten. Das ist natürlich manchmal schwierig. Ich habe das große Glück, bei mir in der Küche ist es einfach immer bullenwarm. Gebt sonst den Teig in den Backofen mit eingeschaltetem Licht oder nutzt zum Beispiel einen Gärautomat. Dann habt ihr es am einfachsten und auch die Gelingengarantie, dass das klappt. So, die Teige habe ich jetzt hier mit Handgefühl gemessen, gewogen. Könnt ihr natürlich auch mit der Waage machen. Ist natürlich einfacher, so einen Teig in vier Stücke als in drei Stücke zu teilen. Und jetzt falte ich mir den so ein bisschen wie so ein Baguette. Also ich mache da gar nicht so viel drumherum. Die Enden schließe ich aber, wobei beim Glas das nicht ganz so aufplatzt. Und rolle den jetzt ein bisschen schlank. Und das hat folgende Bewandtnis. Ich muss den ganz dünn da reinkriegen, damit unten keine Luft entsteht. Denn dann kommt der da unten später nicht mehr durch. Also wirklich schlank machen. Ich zeige euch das natürlich gleich nochmal in groß. Ich hoffe, ich konnte mich da richtig ausdrücken. Ansonsten schaut auch gerne immer mal bei Gläser und Flaschen auf ihrem Kanal vorbei. Ich verlinke euch den selbstverständlich gerne einmal unten. Wenn es ums Einmachen, ums Einwecken geht, ist das wirklich ein Profi, der da euch alles erzählt. Und die macht das so liebevoll und mit so viel Mühe. Und die hat immer ganz tolle Themen. Also von daher schaut da bitte gerne einmal vorbei. Unten verlinkt. Ebenso aber auch die Gläser von Gläser und Flaschen. Und die haben auch immer wieder ganz tolle Angebote. Man denkt ja immer, das mag teuer sein. Überhaupt nicht. Viele tolle Angebote. Schaut da wirklich rein. So und auch hier mit dem Nudelholz kurz einmal runterdrücken. Und ihr seht, hier habe ich eine geringere Teigmenge als jetzt bei dem Vollkorn. Aber trotzdem werden die beiden nachher schön gleichmäßig hochgehen. So viel sei schon mal verraten. So und auch hier das dritte Glas. Ihr könntet jetzt auch oben zum Beispiel auch nochmal ein paar Haferflocken hinzugeben. Lasst den Teig vielleicht nochmal so eine halbe Stunde ruhen. Und wichtig, gebt die Gläser auf ein kaltes Backblech. Das darf nicht heiß sein, sonst platzen euch die Gläser im Backofen. Dann habe ich den vorgeheizt. Hier meinen Mini-Backofen. Nur eine Minute geht ganz schnell. 220 Grad Ober- und Unterhitze für circa 40 Minuten. Und schaut euch das Ergebnis an. Wahnsinn, wie auch der helle Teig nochmal hochgegangen ist. Und so eine schöne Farbe, das Kornerbrot. Also traumhaft. Und ich zeige euch selbstverständlich den Anschnitt. Wichtig, wenn ihr das jetzt für lange Zeit konservieren wollt, gebt den Deckel, der muss in warmes Wasser eingetaucht sein, gebt den direkt nach dem Backen drauf. Nochmal fest verschließen. Zur Seite stellen, abkühlen lassen. So, wenn ihr das nur so ein paar Wochen haben wollt, soll der noch länger haltbar sein. Also das Brot im Glas, nicht der. Dann ist es wichtig, dass ihr das dann mit dem Deckel in einem Wegeinkopf-Toch oder bei Dampf bei 100 Grad mindestens 30 Minuten bei gleichbleibender Temperatur einkocht. Dann habt ihr auch noch viel länger was davor. Und naja, bei uns, wir können es gar nicht abwarten. Das bleibt nicht lange im Glas. Ich zeige euch mal. So, das ist hier noch bei mir kochend heiß. Deswegen muss ich hier die Backhandschuhe nehmen. So einfach lässt sich das hier rausnehmen. Und das Körnerbrot sogar noch viel einfacher. Schaut mal, das rutscht einfach so raus. Und ich finde, das sieht so lecker aus. Aber ich kann ja viel erzählen. Ich schneide es jetzt erst einmal an. So, hier mit dem Brotmesser. Ich habe das über Nacht auskühlen lassen auf dem Kühlgitter. Weil ansonsten kann es sein, dass gerade das Körnerbrot ein bisschen weich und matschig wird. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine schöne, knackige Kruste. Und wie sieht das Ganze von innen aus? Wie so ein schönes Toastbrot. Also, wer helles Brot liebt, perfekt. Und ich finde, diese Form ist auch super, wenn ihr mal feiern habt. Dann könnt ihr so feine Scheiben schneiden, das bedecken. Und dann habt ihr wie so ein kleines Hors d'oeuvre. Also, los nachbacken und diese Videos noch anschauen mit leckeren Rezepten. Bin bald wieder zurück. Liebe Grüße, eure Emma. Bis zum nächsten Mal.